Die Bundesregierung will die Corona-Auflagen bei Reisen erleichtern. Die Kategorie Risikogebiet soll fallen. Dann gibt es nur noch Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete. Nach einem Aufenthalt in einer solchen Region gilt weiter die Quarantänepflicht. Und die neue Einreiseverordnung soll Anfang August in Kraft treten. Diskutiert wird auch, dass jeder, der einreist, geimpft, genesen oder getestet sein muss. Und nicht nur Flugreisende. Durch das Impfen würde auch der Urlaub deutlich einfacher werden, wirbt das Gesundheitsministerium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017